Grüß euch und hallo zur nächsten Take-Down-Show und zwar diesmal geht es um den März. Wir wollen euch wieder einige Designs zeigen, die den letzten Monat rausgeflogen sind und ja wir werden ein bisschen darüber sprechen, damit ihr natürlich auch sicherer seid mit eurem Merch-Account und vielleicht eventuelle Fehler schnellstmöglich bereinigen könnt. So, grüß dich Tobias. Servus. Im ersten Step werden wir euch natürlich noch schnell zeigen, wie man beim Programm Merch Ninja schnellstmöglich etwas kontrollieren kann und wo wir dann quasi unsere Designs uns rausgesucht haben. Also, dann gehen wir mal auf den Screen. So, hier sind wir im Merch Ninja schon mal drinnen. Wir haben die Designs, die wir uns rausgesucht haben, schon in einen extra Tab gepackt, aber der Tobias wird euch jetzt noch mal schnell was zeigen und zwar hier in diesem Menü haben wir die Remove Designs. Da gehen wir rein. Ich habe jetzt hier zum Beispiel für den ganzen März gefiltert, habe noch die Brands deaktiviert und mittels Apply kann man dann die Designs laden und dann haben wir hier sämtliche Designs bzw. Produkte, die jetzt rausgeflogen sind im letzten Monat. Man muss aber dazu sagen, dass rausgeflogen heißt nicht zwingend, dass sie wegen eines Verstoßes rausgeflogen sind, sondern da sind auch welche drinnen, die man selbst gelöscht hat. Genau. Das ist wichtig zu wissen. Also, es muss nicht jedes Design, das hier auftaucht, ein Verstoß gewesen sein. Man kann es auch freiwillig rausnehmen. Aber es sind schon sehr viele dabei, wo man gleich sieht, okay, das ist eindeutig und ein paar davon haben wir jetzt eben rausgesucht, wo wir denken, das ist ein gutes Beispiel. Vielleicht starten wir gleich einmal mit dem ersten Design. Das ist wieder, da haben wir letztes Mal schon drüber geredet, Corona bzw. Covid-19 ist einfach ein No-Go wegen Human Tragedy oder Tragedy, je nachdem, wie man es sagen will. Lieber Felix. Und das ist ein No-Go, immer noch sehr wichtig, weil immer noch sehr aktuell. Deswegen haben wir es gleich wieder reingenommen, dieses Monat einfach nicht Corona bzw. Covid-19 ins Listing schreiben und halt auch nicht aufs T-Shirt schreiben. Ja, und noch wichtig dazu zu sagen ist, dass, glaube ich, jetzt ständig Leute versuchen, Corona-bezogene Wörter einzutragen, wie Survived Coronavirus, Covid-19 und, und, und. Das finde ich auch irgendwie absolut verwerflich. Aber ja, man kann es leider machen und ich hoffe, dass denen das kein einziges Mal durchgeht und alle ihr Geld damit verloren haben, mit dem Versuch dazu. Einfach aus dieser Situation, in der wir uns jetzt befinden, da richtig Kapital zu schlagen. Das finde ich einfach nicht in Ordnung. Man kann jetzt irgendwie die Situation, in der wir uns gerade befinden, irgendwie auf eine witzige Art und Weise auch darstellen und ein T-Shirt dazu machen. Aber da muss nicht irgendwie direkt Bezug auf den Coronavirus oder auf Covid-19 gebracht werden. Genau. Nächstes Beispiel. Alge, Alge, Alge. Das musst du erklären. Alge, Alge, genau. Da geht es um den Twitch-Streamer Knossi, der jetzt gerade extrem im Hype ist. Der hat sogar reingeschrieben. Ja, genau. Und sogar so dumm gewesen und das in den Titel reingeschrieben. Der hat irgendwie so einen Ausspruch wegen einer Slot-Maschine, wo er halt Alge, Alge, Alge geschrien hat, hat jetzt auch ein Lied dazu veröffentlicht. Und ja, also ich weiß jetzt nicht, ob derjenige löschen hat müssen oder ob er es von selbst gelöscht hat, weil er sich gedacht hat, das wurde mir zu heiß. Aber ich würde allen sagen, lasst das. Weil wie gesagt, das ist ein deutscher Twitch-Streamer und da ist Universal Music, glaube ich, oder Warner Music, glaube ich, dahinter. Und die werden da sicher über kurz oder lang mal drüber schauen. Und dann gibt es wahrscheinlich eine fette Rüge. Es sind haufenweise, also es ist nur ein Beispiel, es sind wirklich haufenweise Designs mit diesem Spruch einfach rausgeflogen, beziehungsweise jetzt halt bei den Remove-Designs. Springen wir gleich zum nächsten. Baby, schliebe dich so. Das ist auch noch quasi von diesem Blatt. Ein Überbleibsel von diesem Egal-Lied, beziehungsweise da geht es auch um diesen Michael-Wendler-Schlager-Star. Irgendein Video von seiner Freundin, da hat sie so diesen Ausspruch getätigt. Und das ist scheinbar auch haufenweise auf Shirts gemacht worden. Und die sind jetzt reihenweise rausgeflogen. Man weiß jetzt nicht, ob sie es wirklich löschen lassen haben oder ob es einfach die Leute selber gelöscht haben oder ob sie vielleicht dann Michael-Wendler drinnen stehen gehabt haben. In dem Fall haben sie Egal drinnen stehen. Hier sieht man es nicht, oder? Nein, da haben sie Egal drinnen stehen. Ja, okay. Dass Egal alleine schon der Grund ist, dass das gelöscht wird, glaube ich nicht. Auf jeden Fall ist das halt auch wieder so ein typischer, berühmter Spruch, der nur wegen einem Influencer oder wegen irgendeinem Star oder einem Film oder einem Sportler, das sind einfach so Sachen, die sollte man nicht auf Shirts drucken. Das ist immer riskant. Und das ist ein gutes Beispiel dazu. Wir springen gleich zum nächsten Beispiel. Das ist einmal ganz frech, wie wir das gesehen haben. Und zwar, also ganz ehrlich, wenn das irgendjemand aus Europa beziehungsweise Deutschland hochgeladen hat, finde ich das schon einmal absolut verwerflich. Ich kann mir eher vorstellen, dass das irgendein dummer Amerikaner probiert hat und hat sich gedacht, okay, in Deutschland sind eh noch immer alle Nazis und deswegen laden wir das hoch. Wie man sieht, ist halt da die Deutsche Reichsflagge im Hintergrund mit den Farben Schwarz-Weiß-Rot und, glaube ich, der Deutsche Reichsadler und dann das auch noch natürlich reinschreiben mit den Worten Deutsches Reich, Reichsbürger und, und, und. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß jetzt nicht, inwieweit, also da wird jetzt nichts eingetragen worden sein, aber ich vermute mal, dass das sicher sehr oft gemeldet wurde und deswegen dann runtergenommen wurde. Was absolut erschreckend ist, ist, dass das einen extrem guten BSR hatte und zwar von 10.918 zu dem Zeitpunkt, wo es runtergenommen wurde und dass sich das anscheinend doch einige Leute gekauft haben und jetzt damit draußen rumlaufen. Also, das finde ich erschreckend. Das war doch lange online, seit dem 3.4. Jahr. Ein super BSR, immer wieder verkauft, sieht man da unten, dass es doch immer wieder rauf und runter geht. Also, Leute, lasst es. Ob es jetzt rechtlich gesehen wirklich illegal ist quasi, keine Ahnung, auf jeden Fall ist es halt so etwas, was Amazon schnell einmal löscht. Ich weiß nicht, ob das schon in... Dass es wieder Betätigung wäre, keine Ahnung. Ihr könnt euch mir fast vorstellen, dass wenn da jemand an Amazon herantritt und sagt, hey, ihr verkauft es der Nazi-Scheiße, dann kann es natürlich sein, dass sie das sofort runternehmen. Ja, also ich finde es erschreckend, dass... Auf jeden Fall sind da auch immer ein ganz... Das ist auch jetzt ein durchschnittliches Sales, also Wahnsinn. Da ist auch eine ganze Serie runtergenommen worden von diesem Beispiel, deswegen haben wir das auch reingenommen und springen weiter zum nächsten, zum Zanderklau, also ein sehr kreatives Design. Das hat sich super verkauft die letzten Jahre, glaube ich, schon zu Weihnachten auf jeden Fall. Und jetzt fliegen die Reihenweise raus, weil das als Marke eingetragen wurde in Deutschland. Und ja, ist ein gutes Beispiel, warum... Dass man halt einfach nicht eins zu eins die Ideen fladern sollte. Und viel mehr kann man dazu nicht sagen. Ja, genau. Es ist, glaube ich, noch Widerspruchsfrist, oder? Bei dem Design. Oder nein, das war ein anderes, gell? Das war ein anderes, dass man es verhandelt hat. Ja, aber das hat sich eingetragen. Ja, aber lasst es halt. Also Weihnachten steht eh noch nicht vor der Tür. Aber lasst euch einfach etwas anderes einfallen. Wir haben da eines noch gesehen vor rellige Weihnachten. Finde ich ganz witzig. Aber ja. So, nächstes und letztes. Next. Friends Not Food. Ja, etwas für die Veganer, beziehungsweise Vegetarier. Hat sich auch sehr gut verkauft und wurde eingetragen. Da ist halt, genau da ist noch die Widerspruchfrist, glaube ich, bis 24. August. Nö. Ich glaube, das war unterhopft, was du meinst. Das haben wir jetzt gar nicht reingenommen, weil das erst im April eingetragen wurde. Aber Friends Not Food ist bereits eingetragen in der EU-Datenbank, meiner Meinung nach. Also das ist halt ein beliebter Spruch für diese Vegetarier-Veganer-Schiene. Da muss man aufpassen, nicht mehr machen. Und falls man es noch online hat, lieber selber löschen, bevor es gelöscht wird. Und ja. Damit sind wir, glaube ich, jetzt durch. Ja, also wie ihr gesehen habt, wir haben uns wieder mal alles rausgesucht über den Merch Ninja, über den man das super nachschauen kann. Wie ich am Anfang schon erwähnt habe, nehmt es nicht alles für bare Münze, was da angezeigt wird. Es werden wirklich die gelöschten Designs angezeigt. Das heißt aber nicht, dass sie gelöscht wurden aufgrund eines Verstoßes, sondern auch, weil einfach das selbst jemand gelöscht hat. Man kann im Merch Ninja auch super nachschauen, wie es zu bestimmten Trademarks aussieht. Kannst du da vielleicht noch kurz mal reingehen in den Trademark Search, dass wir vielleicht da eines kurz raussuchen von denen, die wir heute... Trademark Search. Ja genau, die wir heute... Friends Not Food... Na, probieren wir doch gleich einmal diesen Zanderklau aus. Ja, genau. So schreibt man den, glaube ich. Ja. Ja, das ist jetzt schon einmal wieder der Fall, dass man hier nur einzelne Worte suchen kann. Aber ich suche halt jetzt mal nach Zander. Hier unten kriege ich das Ergebnis. Achtung, es ist eingetragen. Klicke ich mal drauf, schaue mir das genauer an, Details. Ich habe jetzt hier nur einen sehr kleinen Bildschirm, deswegen ist das alles ein bisschen zusammengestaucht. Aber prinzipiell sehe ich, dass es registriert ist seit 27.12. Also, ja, es wurde eingetragen und jetzt ist es registriert seit 11. Februar und dann kannst du noch draufklicken und siehst dann die Details. Und deshalb würde ich, dass ich da jetzt meine Finger lassen davon. Viel mehr gibt es jetzt da auch nicht dazu zu sagen. Also, ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat und dass wir einen kleinen Beitrag dazu geleistet haben, um euren Account sicherer zu machen. Was gibt es noch zu sagen? Bleibt einfach gesund. Stay at home. Wascht euch die Hände und bereitet euch vor, bis mal wieder alles halbwegs gut läuft und die Sales wieder nach oben gehen. Also, der Tobi und ich wünschen euch eine schöne Zeit und viel Gesundheit. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao. Tschüss.